Oder auch nicht. Entfernt Verteidigung, sammelt Kraft. Okay, jetzt kann ich mehr anleiten. Fünf. Ach, gleich macht er die Uber-Attacke. Ähm, Antimaterie. Verwirren und... Quagendruck! Obwohl Quagendruck wahrscheinlich nicht viel bringen mag, weil wir noch viel zu stark sind. Bam, 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 bam. Bum, 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 bum. Ach, aber der Kampf ist wirklich episch. Ich mag ihn, ich mag den Kampf wirklich. Weil ich muss den ja eigentlich schon mal machen, deswegen kann ich ja sagen, dass ich ihn mag. Weil, es ist irgendwie eine neue da, den meint ich. Giga Gaia oder wie er hieß. So, wie mach ich den? So, heilen brauch ich nicht. Dum, dum, dum. 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 Nein, wenn's toll nicht voll. Geht damit. Bum. 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 So. Auf geht's. Die rechte Hand war Verteidigung. Hat er nicht viel Schaden hergemacht? Puh! Entweder bin ich zu stark für ihn, oder es ist einfach nur... Ich weiß es nicht. Aber irgendwie scheint er ziemlich schwach zu sein. Antimaterie. Ja, Dreiecke. Dreiforce. Dreiforce. Ja, bis da. Gickste. So, und jetzt ist er eigentlich hilflos. Jetzt ist er eigentlich so gut wie hilflos. Jetzt kann ich ihn einfach nur noch besiegen. Weil, ich mein, er macht die Arme zwar wieder nach, also, aber eh, das Fertig ist, ist er wahrscheinlich schon tot. Dann wisst ihr, wie Lava es aussieht, wenn er diese, diese, diese Kapsel zu hat. Das sieht ja irgendwie irgendwie ein bisschen aus wie so eine Kaffeebohne. Da, jetzt. Wo, was jetzt, was ist jetzt los? Angst. Angst, Angst, Angst. Ich heile mich nochmal. Irgendwo fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich kämpfe jetzt gegen Larus selbst, oder? Weil, die Attacke habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, ich kämpfe jetzt gegen ihn selbst. Weil, das würde für mich irgendwie einleuchten klingen. Chaos-Zone. Ja, ich glaube, jetzt kämpfen wir gegen ihn selbst. Obwohl er immer noch nicht stark ist. Ich, ich weiß nicht, aber ich fühle mich aber auch nicht overpowered, oder so. Fühle mich ganz normal. Ja, okay. Ich glaube, jetzt kämpft er gegen ihn selbst. Heilen wir uns. Verwirren wir ihn. antimateren wir ihn. Was auch immer. Das macht gut, Schaden. Zwar nicht so gut wie antimaterie. Aber was soll er geschafft? Schon vorbei? Werden wir nie zu Ende kommen? Wir kriegen doch, wir kriegen dich schon, Larus. Ihr geht da jetzt nicht rein. Ihr geht da jetzt nicht, Gottverdammt nochmal. Sie sind da reingegangen. Sie sind da. Unheimlich. Schlimmer als Markus. Das ist das Schloss. Kein Zurück mehr. Doch, da ist ein Worb. Der letzte Kampf. Nicht. Oh ja. Ernst. Das war noch nicht der letzte Kampf. Das war noch nicht der letzte Kampf. Ihr verarscht mich. Ich will erstmal wissen, wo ich hier hinkomme. Okay. Okay, ja. Langsam hab ich's gerafft. Hier. Okay. Resetten wir. So hätte ich's vorn eigentlich auch machen können. Der letzte Kampf. Oh, das ist ja dunkel wie nischt. Angst. Hilfe. Oh mein Gott. Es sieht aus wie Cell aus Dragon Ball. Endlich. Du hast deinen Meister gefunden, Lavos. Zyrus. Dies wird unsere edelste Schlacht. Wie mach ich ihn? Strahlt. Tod zur Hölle. Du Scheiße. Okay, ich weiß, was ich als erstes mache. Wir machen als erstes Magi-Wand. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich den Arm kaputt mache. Ich würd's gern wissen. Warum greifst du immer Krono an? Nein, den falschen. Natürlich. Scheiße. Krono, jetzt bitte nicht abkacken. Ja, ich hab den falschen da jetzt. So. Leuchten. Anti-Materie. Puh. Ich hab mir nicht durchgelesen, wie ich den machen muss. Wirklich nicht. Ich hab nur gesehen, ah, noch ein Gegner. Yay, greif. Tja, das hat jetzt aber nicht viel gebracht, Lavos. Ich will immer Magus sagen. Nein, nein, nein. Ach, jetzt hab ich ja schon wieder irgendwie geheilt. Oder auch nicht. Doch. Hm, ihn selbst. Na ja, gut. Ist ja nicht das Problem. Boah, aber die Anti-Materie hat ihn grad ziemlich zugesetzt. Okay, dann war das, das eine wahrscheinlich jetzt grad, ähm, sein, so wie Giga-Gaia, seine Verteidigungs-Hands. Jetzt hab ich schon wieder geheilt. Ich bin noch so bescheuert, echt. So, Anti-Materie. Anti-Materie. Yeah. Go... 206. Also, nein, 2000. Und 67. Ähm... Wo ist Teilung? Ich möchte erst mal ein Schild. Dann machen wir Dunkelnäbel. Dunkelnäbel. Untertitelung des ZDF, 2020